Leveln, dein N.A.T. Typ, Alter. Kannst du noch mal quitten, Alter. Leveln, jetzt verlass, sonst muss ich dich kicken können und das will ich aber nicht, also verlass noch mal und join, er joint hoffentlich noch mal rein, danke, Leveln. Ich hab doch schon einmal verlassen, ne? Ja, ich weiß, das, ne, trotzdem mach ich mal nicht, Tulsa, Para, Espresso. Ich hab Stormy dann schon online. Ja, und mit dem spielst du grad, oder was? Nee, aber er ist nicht grad, ne? Stormy. Ja. Ja und? Ja. Ja. Herzlich willkommen an alle im Stream, lasst alle ein Abo und ein Like da. Muss man eben kurz in Rätsel die Welt einloggen, ne? Ja, auf jeden Tag. Heute ist es World Cup. Ja. Ich gucke immer am Abend zu viel, das fängt um 10 Uhr, okay, ein bisschen spät natürlich, aber. Ich hab morgen eh keine Schule gehabt, schon wieder schwimmfest, Alter. Heute war ich hier im Bruchhaus im Felsen. Ich hab dein Haus gesehen, Alter. Da war irgend so ein hässliches kleines Haus. Das war so, in so einem Wald war das drin. Nein, ich war's. Ähm. Ja. 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 Ich hab eine Einladung. Ich hab eine Einladung. Ja. Warum kann ich nicht jetzt beitreten? Da ist Ballerinato. Da, 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 da. Callten. Gibt's für was gibt es alles für Modus? Oh, wow. Könnte Trio nicht, warte, der stand gerade nicht für, für. Ach, Alter. es ist ja nur für kurze zeit also behindert ja das ist ich finde aber wenn sie dann hier links bringen arena das finde ich geil ja man das ist immer was cooles also wenn es mal irgendwas na arena sport kommt nicht mehr wenn heute ist heute world cup ende man gegen einer ist wieder world cup ja nein ich meine wann endet der world cup der hat nicht mal angefangen das ist qualifizierung sind das zehn wochen ging es jetzt zu qualifizieren und geht nur eine woche jetzt also letzte chance euro sandro hier war ja kam ich war ja kam in den baum geschützt ganz hart ich bei mir lebt es noch ich habe ihn nicht mal hinbekommen er hat mich schon wieder zugeaditet oder wollen wir mal richtig camperhaft landen also gleich allerdings und spielen nein das arena wir spielen das machen und du arena solo arena nicht ganz schön wenn du weiter es wird einfach so gar nicht in dieser hat das leute zu gucken das machen weil das wird auch für die schwierig werden wenn sie sich verstehen moya karma nein 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 kein man bei keiner das ist ein witzig hat dreimal geschoben zweimal weil ich zum mädchen jetzt du spaß sie alte tagen du bist das behinderte kind was es gibt weißt du wie ich dich melde darf ich auch im chat sagen weißt du weil man dafür nicht mehr gebannt werden kann oh hat dich da wäre beleidigt mythos hey willkommen im stream lassen abo da und like da also weißt du wie ich ihn gemeldet habe da habe ich huren sohn als beleidigungen hingeschrieben ja kind alter der hat auch nie freunde gehabt deswegen spielte mal solo du alter das hast du behindert wie der durch lust der typ ist nicht so ganz so behindert alter alter wie kann man so behindert sein ich mich da gerade über die person auf ja das ist bestimmt der alter der hat keine freunde dass der bestimmt der war dass es war nicht aber der ist trotzdem behindert alter eine waffe war leer kack dran halt das bockt einfach nicht das ist allein abo da lasst ein like beerteilt den stream freunden verwandten und alles sie mal ja du gar nicht herzlich willkommen im stream welchen tante hat alle tänzer geklaut die ganze arena du arena ich mache so gut obwohl doch so egal kämpfen oder da ist mir egal wir minus punkte ist jetzt egal du hast keine zweite war und ich habe 280 ich versuche mich immer bei 300 zu eignen als so schwierig ich habe mit 250 wie viel punkt dazu wenn du machst du das ja immer schön zu werden die bau so dran 43 punkte ja ja felix storm was soll der titel wie was soll der titel vielleicht weil ich fero mero und so mag habe ich die markiert und abo zocken heißt dass ich mit meinem kumpel und noch welchen leuten aus dem stream spiele jetzt kannst du aber und like da lassen danke da pass auf walter der schreibt gleich in streaming beleidigung und des live es sei denn er schreibt jetzt also dann ist ein ehrenmann wenn er so schreibt dann ist ein ehrenmann wenn er keinen ach so schreibt wird er sofort geblockt nein lass ich nicht nur das ist aber traurig warum willst du mein stream gucken warum willst du denn mein stream gucken wenn du kein abo und like da lässt früher 300 sekunden habe ich ihn nur blockiert erst mal vom chat gegen also titel blocken 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 block okay ich wollte tippitokaland landen da ist tippitokaland herzlich willkommen und alle leute im stream das ruhig alle namen oder doch natürlich ich war viel zu hoch dafür oder was meinst du ich will eh nach vorland und mir ein bauer schnappen und dann kommt aber wenn er kein bauer ist komme ich runter es kommt keine art doch doch das kommt zwei mit zwei zwei baularen da nur oben ist keine chef und keine chef dann das und hier landet einer der land direkt im bau noch los du opfer hol dir doch die waffe ich habe keine waffe vor allem jetzt kommen wird mir nicht erst vor mir gelandet was soll ich machen ich habe keine waffe bei mir er wollte sie anfreunden mit mir schön er hat er hat getan schön kommt man packt das bei dir auch in der luft ach also ich kann es halt nicht nur für dich ich kann ich kann jetzt nicht markieren oder das ist ja aus dem teil kann man nicht markieren glaube ich nein ich habe markierung die umgelegt und dass ich auf jeden Fall umgelegt und jetzt kann ich nicht mehr mit ihm das tun wird meinen bollert einen hit von ihm passiert aber das war auch seine einfache das ist meiner müssen wir mal merken weißt du eigentlich ist es auch nicht die welt werden oder so näher aber wäre schon ziemlich hoch wenn wir zone laufen lassen aber wie einmal angeschossen werden die so oder so e down also wenn du in arena nicht mal schaffst du bollert kaputt schießen wir schon an dann fragt man fragt man sich nur warum schwitzen noch arena hier so guter looten wir müssen uns beeilen aber ich habe mir auch wieder auf die geblieben der mails von ihm wird selbst die neue startplatte holen und ich habe es war ich habe es war 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 Hallo? Vielen Dank. ja ich war kurz auf ja genau in dem moment kam gegner der ist sofort weggelästiger das kind der mich wiederholen er war wieder besser als ich man das ist so dumm dass man kein matchmaking not ins leon er hat kommen erst gegen das nahrung leichter wie bitte einmal riemelten schenken wie geil ich habe nur bessere gegner und er hat wieder drei tonnen schilder macht mich immer ganz kurz 2 da kommt da habe ich glaube ich null punkte bis zu platz 15 level 15 was geht so gut hier wenn mach mal du rein wenn man hatte auch doch leben hat doch kommt das alle nahe und like da würde mich sehr doll freuen vielleicht schafft mir dann ja noch die 1000 abonnenten vor dem dommerferien ich lade dich ein so levin kommt gleich wieder er geht bloß auf den zweiten account rein hier und wenn ich schlecht in fordner bin der könnte mir ja ruhig sagen ich war halt afk also von mir schreibt einer rein wie schlecht ich in fordner bin ne als wenn er mich verarlochen will alter ich war afk alter und dann werde ich geholt aber plan zudern wo steht wo steht wo steht wo steht wo steht wo steht Ja, wir wollen gerade du Arena, aber glaubst du für mich alle mit Schwänen oder mit Latterson? Alter. 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 Bauer. Bauer. Ernsthaft? Schätzt du die Gegner sind besser? Schätzt du die Gegner? Wie viele Punkte brauchst du? Levin siehst du das im Stream kannst du da auch auf Anzeigen ausblenden drücken? Bei Just Sammy wird dir die angezeigt. Ich habe das Kommentar jetzt reingemacht. Levin, du darfst ihn kicken. Im Stream. Dieser Justin, irgendwas kickt ihm aus dem Stream. Ja, ganz raus. Nutzer vom Kanal. Ich sehe nicht, wo du markiert hast. Wo hast du markiert? Wo hast du markiert? Ach so. Ich sehe, hier sind übelste Schwitzer drin. Trotzdem, ich finde das ist irgendwie ein bisschen unfair. Hundertprozentig markiert. Oh. Oh. Noch bevor ich lande. I love you. Ja, er bekommt die Pump. Gegner hat mal wieder die Pump bekommen. Digga, wie er mich noch hinten kann so leicht. Digga, er ist absolut schlecht in Aim. Er hat gleich keine Pumpen mehr, man. Digga, er rennt weg, alter. Der rennt weg. Ich hatte keine Waffe, der rennt weg, Digga. Ich habe keine Waffe. Jetzt komm doch mal. Doch. Ey, wenn ich gleich tot bin. Was für. Die snipen doch auf mich. Oh. 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 vor allem das war peinlich. Er hat halt ein Shot getroffen, 23er Hip. Warte ich hole mir eben die Waffe. Ey. Das ist so behindert. Das ist der mit der Pump. Und jetzt offenbar trifft er direkt ein 100er Shot. da finde ich doch noch bestimmt soll ich zu dir kommen oder kannst du kommen komm einfach komm einfach jetzt merkt das nicht warum machst du so solche langen hashtags ja weiß nicht weil ich die mag einfach halt levin bitte kommen kommen einfach der sieht dich doch nicht als wenn die dich nicht gesehen haben zeig mal spinnt ja kann ich gleich zeigen dass ein abo und like da teilt den stream ruhig freunden und so was hier mich eben ein siebziger ein hatte also dreißig leben ich habe auch keine märz wie solchen raufkommen wo ist denn der habe ich dem kein siebziger gegeben das wird mir doch so angezeigt warum wird einem das denn falsch angezeigt guck mal wie schlecht die beide waren die haben beide keine pappen und die mehr alter das ist doch so behindert die sind so schlecht ich habe halt die schlechtesten waffen im game außer diesen granatenwerfer aber damit kann ich nichts machen kann dir eine frage okay eine frage dann schreibt mein dass alle ein abo lassen like da vorne tappen update macht er das jetzt schon ich bleib einfach hier am lade bitteschön so für die klicks ne ne ich mach das nicht für die klicks weil ich die einfach nur mag mach ich das danke für euren abo lasst allen abo und like da teilt den stream freunden und so jetzt kann ich halt leider nichts machen ich kann wir können nichts haben 728 mb alter wären wir mal ein creative gewesen alter was gibt es denn als neues update was schätzt du so ja was anderes können sie nicht patchen oder ernsthaft bei mir noch neun minuten also ich beende jetzt mal den stream ne dann tschüss haut rein der geht aber nachher rein